Hallo, hier sind wir wieder zurück bei Heavy Rain. Und ihr habt entschieden, wir werden unser Leben riskieren. Und ich hoffe, Ethan stellt sich nicht allzu doof an. So, ouch. So, warte mal mal gucken, wie laufe ich nochmal? Ach ja. Ähm, dann schauen wir mal. Der hier sieht recht sicher aus. Dann wollen wir da mal lang. Das fängt schon gut an. Oh Gott. Ja, Ethan, los. Du machst das, du schaffst das. Ja, 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 ja. Los, nicht die Knöpfe loslassen. Gut, hier sind wir durch. Boah. Okay. Durchhalten, natürlich. Ich gebe nicht auf. Ich gehe den Weg bis zum bitteren Ende. Ah. Hier kann man nochmal die Sicht ändern. So, gehen wir hier lang. Bis zum bitteren Ende. So, ein Dreieck. Ja, ja, ja. Na los. Gut gemacht. Gut gemacht, Ethan. Boah. Jetzt stehen wir mitten in diesen Dingern. Die Kondensatoren stehen unter Strom. Wenn ich sie berühre, bin ich erledigt. Ja, allerdings. Ich muss mich konzentrieren. So, ja. Ob wir das hinkriegen? Ich denke schon. Na los. Ich drücke hier gerade so fest auf die Knöpfe, dass meine Finger wehtun. Na los. Na los. Ja, geschafft. Boah. Okay. Okay. Ich muss einen anderen Weg rausfinden. Ja. Komm, das kriegst du hin. Ja. Pass auf, dass du nirgends rankommst, Ethan. So. Ich muss viel Blut verloren haben. Kann kaum aufstehen. Aber immerhin stehst du noch. Das ist gut. Ja. Bisher haben wir noch nichts berührt. Das ist sehr, sehr gut. Ja komm, du schaffst das. Und noch ein Knopf. Oh, noch ein Knopf. Au. Ah, verdammt. Autsch. Autsch, 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 Autsch. Da will ich durch. Oh je. Oh mein Gott. Komm, du schaffst das. Oh je. Oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je. Na los. Oh mein Gott. Ich hab' etwas Angst, dass Ethan uns hier drauf geht. Oh. Oh mein Gott. Da ist schon der Schmetterling. Ein Schmetterling? Da vorne ist einer. Da sollte ich... Das hier ist die letzte Hürde, die uns zu diesem Schmetterling bringt. Ja, mach weiter, Ethan. Hm. Ach so. Ah. Man musste die Knöpfe loslassen. Oh Gott, er hat's geschafft. Aber er hat sich auch verbrannt. Es riecht verbrannt. Bin ich das? Oh Gott. Schon. Okay. Wir haben die Buchstaben. dieser Prüfung. Und Sean steckt schon bis zum Hals im Wasser. Oh je, oh je. Oh je. Aber wir haben es geschafft. Wow. Wow. Das war haarscharf, Leute. Ja, nun machen wir erstmal weiter mit Madison. Unser braunen Auge. Mittwoch, 21 Uhr 6. 59,59 Millimeter Niederschlag. Und wie es die ganze Zeit regnet. Oh mein Gott. Das ist eine gute Idee. So, Gedanken. Ich bringe ihn ins Bett. Das ist eine gute Idee. Wie gerät man denn in solch einen Zustand? Okay, ganz ruhig. Ich muss ihm irgendwie helfen können. Ich muss einen Arzt rufen. Ich kann ihn nicht so zurücklassen. Ja, also, das hat Ethan alles ganz schön mitgenommen. Vor allem körperlich. Ein Arzt wäre sinnvoll, aber kein Fall für Ethan. Seiner Meinung nach. Ah, wir bringen jetzt erstmal falscher Knopf ins Bett. So. Ethan. Ethan, hören Sie mich? Okay. Dann wollen wir doch mal gucken, ob er noch irgendwie Fieber hat oder so. Sie haben sehr hohes Fieber. Das ist nicht gut. Sind das Brandmaler auf Ihrer Brust? Ihre Arme sehen schlimm aus. Ich desinfiziere die Wunden. Ich muss Ihnen Ihre Sachen ausziehen, um die Wunden zu versorgen. Yep. Und dann können wir auch gleich mal zum Medizinschrank gehen und Ihnen ein Fiebermittel geben. Ah. Sieht schlimm aus. Aua. Das sind schwere Verbrennungen. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen helfen kann. Gut. Dann ab zum Medizinschränkchen. Er glüht. Er hat Fieber. Noch was. Noch was. Okay. Als erstes ruhig bleiben. Ich könnte erste Hilfe leisten. Was haben wir noch? Er braucht erste Hilfe. Im Medizinschrank müsste alles Nötige sein. Genau. Einfach mal alles rausnehmen. Ich bin kein Arzt, aber ich sehe, was ich für Sie tun kann. Ähm, Medikamente. Nee, Medikamente nicht, weil er hatte heute um 16.30 Uhr etwa schon eine starke Schmerztablette, die man nur alle 24 Stunden nehmen kann. Also lassen wir das erstmal sein. Erstmal desinfizieren, würde ich sagen. Aber jetzt nicht auf der Brandwunde, sondern auf den Arm. Es sieht echt schlimm aus. Oh Mann. Armer Ethan. Ich habe alles desinfiziert. Dann die Brand selber. Nein. Die schmieren wir ihm natürlich auf die Brust. Das hier sollte helfen. Dann haben wir noch das... Obwohl Medikamente... Er hat ja Fieber. Äh, Schmerz bitte nicht. Antibiotika. Äh, eine Infektion hat er, glaube ich, auch nicht. Schlaftabletten? Nee. Fiebermittel. Obwohl, eine Infektion könnte er sich in dem Schacht geholt haben. Geben wir ihm doch mal Antibiotika. Äh, Antibiotika. Ich denke schon. Und jetzt das Fiebermittel. Habe ich ihn doch schon gegeben? Naja. Dann verbinden wir. Ja. 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 So, um die Brüste noch, genau. So, das war's. Gut, wie geht's Ihnen? Ethan? Er ist bewusstlos. Jetzt kann ich nur warten und hoffen, dass er aufwacht. So, um die Brüste noch, um die Brüste noch.